Musik 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 Ist die auch da? Von mir? Musik Musik Hopps Ah! Nein! Nein! Das war ruhig Michi Wir haben gut angehltet Bleibt ganz ruhig Kommt langsam Verdeckt den... Verdeckt die Klemmung gleich Ist das in dir? Was? Hä? Wie hat er das gemacht? Die haben Rotation hier in einem kleinen Raum Hab ich grad gesehen Wusste ich nicht Wusste ich nicht Wusste ich nicht Ok anders für meine Matte Was wirds direkt vor mir Wann geht das? Ja Hinterblitz ist auch noch was Hinterblitz ist Kapital Ist aber noch auf Blur Au! Pfff Rechte Sterf bei Beta Die Sterf Wann der Hör doch mal Der ist dran Fisch Fisch Okay. Okay. Was hat der gemacht? Ich weiß auch nicht. Der ist runtergesprungen. Ich dachte, der rappt jetzt hoch oder so. Ja, hätte ich auch gedacht. Das wäre ja logisch gewesen. Tatsache, da guckt was. Nein, pieg nicht. Doofy, Rückzug. Nee, nix Rückzug. Du weißt, was ich gesagt habe mit dem Zug, oder? Alibi. Da ist ein Hologramm. Immer hinter der Asche, ja, ne? Okay. Das war schloy, du hast ihn bekommen. Ja, aber ich habe viel zu spät geschossen. Hast ihn trotzdem bekommen. Ist mir doch scheißegal, ob ich ihn bekommen habe, oder nicht. Ich hätte eigentlich sterben müssen. Black Eye, was war Black Eye? Perfekt. Perfekt. Es schreckt mich doch nicht. Tophie. Hi, na? Ich weiß nicht, von wo unsere Meldung... Nein, keine Drohne. Ich sehe sie sogar. Die mache ich weg. Rechte Seite direkt, Tophie. Ganz weiter. Cool. Lag irgendwie dahinter, oder so. Ich weiß jetzt... Ah, da! Ja, nice. Ein Echo drunter ist da wieder. Good job. Aua, das ist der Strom. Na wo ist der Echo? Der will wahrscheinlich Friede sein, oder? Höchstwahrscheinlich. Ich habe nie einen Gegner gewonnen. Aber ja, obwohl, in der Drohne. Ohhhh. 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 You can call me Kobe. Tatsächlich schon. Okay. Genau. Was hab ich? Ich kenn's nicht. Fup. Einen schönen guten Tag. Das war strange. Ey, schieß einfach eine Ladung gegen die Tür. Nö. 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 Oh, ich weiß, warum ich hier vorne Oh, shit Ich hab einfach durchgesprayt Der letzte ist hier beim Tresor Irgendwo Bakery links Ich weiß nicht, ist direkt was Meine Drohne war instant weg Oh, lol Wo war der denn? Ich hab einfach zu Thatcher, du stehst in meiner Schussbahn Ah, da ist noch einer hinter mir Ich geh mal ein bisschen Geh mal ein Stück zurück, Thatcher Oder so Ja, das was du gerade machst, ist wegrennen Nicht offiziv irgendwie mal pushen Du kannst gegen die nicht wegrennen Oder defensiv spielen Du musst die teilweise einfach wegpushen Ah, ne, geht nicht Ah, das ist hier Irgendwo an den Deckel Ah Ah Nicht so lange ich da sitzen bleib' Das alles Das alles Und nicht so lange ich bin Ho... Das ist für mich Was... Und jeviens Das ist für mich Und das ist eine Leser Ja, let's talk, 101. Planten lassen, planten lassen, wenn's geht. Ja, ich hätte kurz planten lassen, dachte ganz kurz, er plantet, sorry. Die Runde, die kotzt mich so hart ab, Alter. Ich hatte nur... Ich dachte, jetzt hab ich kurz Zeit zum pushen, weil er plantet. Das war jetzt kurz mein erster Gedanke. Ja, hast du ja gehabt, ne? Okay, es ist ein Tropfen schon runter. Ja, es ist ein Tropfen. Als ob... Wann ist der reingesprungen? Der Blackbeard ist schon drin. Blackbeard tot. Mario, bewegt die Cam, wenigstens wenn du drin bist. Reif, halt, geh raus aus der Camp, geh raus. Der letzte. Wo? Hinten durch wahrscheinlich, kleiner Raum, Red. Ja, da, markiert. Pusht rüber. Ist ein kleiner Raum. Schön, Glück, Papa. Ach, scheiße. Schaffst du, schaffst du. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Doch. Oh. Das war knapp. Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Ich hätte, ich hätte, ich hätte noch Zeit gehabt, glaube ich. Das war knapp. Ja, ein Hit, oder? Oder zwei Hits? Ein Hit und ich wär tot. Zwei, oder? Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Eine Sekunde vorher und... Wär ich tot. Ja. Das ist ne Pistole. Ja. Die geht zum Top. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaron. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Grenze. Nee, nee, nee. Emm. Oh, ho tard, Alter! Tomoch weiter. Ah-oh... Oh my God! 93- Nummer 1. След Campus Tool Stab.